Man kann damit betrügen oder betrügen, um es zu bekommen. Die Geschichte ist voll mit Erzählungen über Menschen, welche die schönste Nebensache der Welt benutzten, um Macht zu bekommen oder zu erhalten, die betrogen und getäuscht oder ihre Macht missbraucht haben, um jemanden dorthin zu bekommen, wo man ihn oder sie haben will. Es gibt so viele berühmte Fälle von Ehebruch und anderen Schweinereien, dass ich mehrere Videos und eine eigene Playlist dazu machen musste. Also abonniere gerne kostenlos diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keines meiner Videos. Und mit diesem Video geht's nach dem Intro los. Am 14. Mai 2011 behauptete Nafis Atou Diallo, ein 32-jähriges Zimmermädchen im Sofitel New York, dass Dominique Strauss-Kahn, der einflussreiche Chef des Internationalen Währungsfonds, sie in seiner Suite sexuell und gewaltsam missbraucht habe. Trotz vier schwerer Anklagen, die durch eindeutige DNA-Beweise gestützt wurden, wurde Strauss-Kahn schließlich für nicht schuldig befunden. Später legte er eine von Diallo eingereichte Zivilklage bei und erklärte sich mit einer nicht genannten Entschädigung einverstanden. Im Jahr 2015 wurde Strauss-Kahn erneut freigesprochen, diesmal vom Vorwurf der schweren Zuhälterei im Hotel Carlton in Lille, Frankreich. Der ehemalige Präsident Donald Trump sieht sich schon seit geraumer Zeit mit Anschuldigungen konfrontiert. Während seiner Präsidentschaftskampagne 2016 meldete sich Stormy Daniels, ein Erwachsenen-Filmstar, mit Behauptungen über eine Affäre zwischen ihr und Trump. Sie behauptete auch, dass er ihr 130.000 US-Dollar Schweigegeld gezahlt habe, um sie zum Schweigen zu bringen. Trumps persönlicher Anwalt, Michael Cohen, übergab Daniels die Zahlung. Anschließend wurde Cohen von der Trump-Organisation entschädigt und die Zahlung wurde offiziell als Rechtskosten verbucht. An dieser Stelle geht das mutmaßliche Fehlverhalten über eine moralische Frage hinaus und wird als potenzieller Straftatbestand, insbesondere als Geschäftsbetrug, angesehen. Nach jahrelangen Ermittlungen wurde am 30. März 2023 offiziell bekannt gegeben, dass gegen Trump in über 30 Fällen Anklage erhoben wurde. Diese beispiellose Entwicklung macht ihn zum ersten ehemaligen oder amtierenden US-Präsidenten in der Geschichte, der strafrechtlich belangt wurde. Im Jahr 2017 tauchten Berichte auf, die zahlreiche Fälle von mutmaßlich kriminellen sexuellen Handlungen des Hollywood-Filmproduzenten Harvey Weinstein gegenüber mehreren Frauen enthüllten. Mehr als 80 Frauen aus der Filmbranche, darunter auch prominente Persönlichkeiten, meldeten sich schließlich und beschuldigten Weinstein der sexuellen Übergriffe und des Missbrauchs, die sich über einen Zeitraum von mindestens drei Jahrzehnten ereignet hatten. Im März 2020 wurde der ehemalige Film-Mogul zu einer Haftstrafe von 23 Jahren verurteilt. Dieser Skandal löste zahlreiche ähnliche Anschuldigungen gegen einflussreiche Männer auf der ganzen Welt aus, was dazu führte, dass viele von ihnen aus ihren Machtpositionen entfernt wurden. Das war es für diese Folge. Wenn dich diese Geschichten interessieren, dann vergiss nicht zu abonnieren und ich sage danke bis zum nächsten Video.